Was ist das? Entschuldigung. Na schön. Hey, du! Ich? Ja. Du bist zu langsam, du widerliche, ekelhafte Ratte. Ich hab lange auf dich gewartet, du scheiß Kerl. Was sagst du? Du willst mich erledigen? Aber nicht mit dem Maul. Du musst was tun. Du musst ziehen. Du wolltest mich ficken. Redest du mit mir? Du laberst mich an? Du laberst mich an? Kann das sein, dass du mich meinst? Du redest mit mir? Ich bin der Einzige, der hier ist. Mit wem kannst du Arsch in diesem Ton reden? Ach ja? Ha. Okay. Na? Hört zu, ihr Wichser, ihr Scheißköpfe. Hier ist ein Mann, der sich nicht alles gefallen lässt, der nicht mehr geduldig alles einsteckt. Hört genau zu, ihr Wichser, ihr Scheißköpfe. Hier ist ein Mann, der sich nicht mehr alles gefallen lässt. Ein Mann, der sich gegen den Abschaum, die Nutten, die miesen Schweine, den Dreck und die Scheiße wehrt. Hier ist jemand, der sich wehrt. Er ist.